Vera Kamenko war aus Jugoslawien, suchte nach Arbeit, doch da war gar nichts drin. Außer im Westen, da suchten sie noch Frauen. Sie hatte ein Kind und der Mann war abgehauen. In Westdeutschland gab's Arbeit, die sprach unbekannt. Sie suchte bei Männern im Bett, was sie nicht fand. Sehnte sich nach Hause, nach Mutter, Land und Kind, suchte nach Wärme im Leistungslabyrinth. Ach, Vera Kamenko, ach, Vera Kamenko, denn unter euch war Krieg. Die Arbeit, die sie machte, die war der letzte Dreck, doch sie war immer pünktlich, das Geld schickte sie weg. Nach Hause zur Familie und das, was übrig blieb, bezahlte sie fürs Essen und Wohnheim in Betrieb. Unter vielen Männern schien einer Kavalier, der kam aus der Türkei und dem ging es fast wie ihr. Sie zog in seine Bude, war bisschen primitiv. Der Anfang lief ganz gut, doch dann ging alles schief. Ach, Vera Kamenko, ach, Vera Kamenko, denn unter euch war Krieg. Er hat sie oft geprügelt, wenn es ihm dreckig ging. Sie sehnte sich nach ihrem Sohn, an dem sie schrecklich hing. Und da ist sie weggelaufen in eine andere Stadt und suchte wieder Wärme, die man im Eis nicht hat. Der Mann hat sie gefunden nach ein paar Tagen schon, wenn sie nur wieder käme, von ihm auch aus mit Sohn. Wollte er sie nie mehr schlagen, er brauche sie so sehr, doch schon nach einer Weile war alles wie bisher. Ach, Vera Kamenko, ach, Vera Kamenko, denn unter euch war Krieg. Sie nahm am Urlaubsende den Sohn nach West-Berlin. Das Kind war viel alleine und voller Eigensinn. Sie arbeitete täglich auch noch nach Arbeitsschluss und dachte, dass der Junge sie glücklich machen muss. Der Mann schlug all sein Elend in das Gesicht der Frau. Ein Zimmer für drei Menschen, das Kind schlug viel Radau. Verstand die fremde Sprache nicht und schien ihr undankbar. Sie konnte nicht ertragen, dass da kein Ausweg war. Ach, Vera Kamenko, ach, Vera Kamenko, denn nun da, ich war Krieg. Das Kind war ungezogen und machte sie verrückt. Vier Jahre und ein halbes hat sie dafür gekriegt, weil sie das Kind verprügelt hat, bis er still liegen blieb. Sie hat den Sohn erschlagen und hatte ihn doch lieb. Ihr Leben war gelaufen und ihr war alles tot. Da hat keiner geholfen aus dieser schlimmen Not. Und was passiert mit Menschen, die sind in unserer Welt? Die machen uns die Dreckarbeit für ein bisschen deutsches Geld. Ach, Vera Kamenko, ach, Vera Kamenko, denn unter euch war Krieg. Sie wurde abgeschoben nach zweieinhalb Jahren, fand endlich eine Arbeit, wo sie geboren war. Vom Montag bis zum Freitag schrubbt sie jetzt auf den Bau. Ihr Leben aufgeschrieben hat sie für jede Frau, damit sie ihre Lage ein bisschen besser sieht und das mit ihrem Leben nicht das gleiche Mal geschieht. Manchmal denkt sie an Deutschland und sehnt sich nicht zurück. Sie hat es aufgegeben, die Suche nach dem Glück. Ach, Vera Kamenko, ach, Vera Kamenko, denn unter euch war Krieg. Ach, Vera Kamenko, ach, Vera Kamenko, denn unter uns herrscht Krieg. Ach, Vera Kamenko, denn unter uns herrscht Krieg.